Klare, schnelle und vielleicht auch ungewöhnliche Entscheidungen bringen mich jetzt voran. Ich setze sie sogleich in die Tat um. Ich lasse das Spektrum meiner verschiedenen Persönlichkeitsaspekte zu meinem ganzen wunderbaren Wesen erstrahlen. Ich gebe jetzt allen meine Energie, all meine Kraft in die vor mir liegende Richtung. Ich bleibe daran und setze meine Pläne mit Nachdruck um. Meine Schönheit und Wärme strahlen aus meinem inneren Frieden, meiner inneren Zufriedenheit und meiner Liebe zum Leben heraus. Ich erleichtere mir mein Leben heraus. Ein Leben, in dem ich die Geschenke der geistigen Welt annehme. Ich gehe würdevoll und mit Respekt meinen spirituellen Weg, meinen Weg der Liebe und des Herzens. Alles ist vorbereitet. Ich muss jetzt nur noch tun. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt.